Audi 80, die neue Sicherheitsleistung. Vergleichstest. Die Hälfte der Fahrspur eine Bahn aus spiegelglattem Kunststoff und Schmierseife. Am Start zum Bremstest der Audi 80 und ein Vergleichsfahrzeug. Das Vergleichsfahrzeug zuerst. 80 Stundenkilometer. Bremsung. Der Wagen riecht aus, rät ins Schleudern, dreht, bricht total aus der Spur. Jetzt der Audi 80. Der gleiche Test. Bremsung. Das neue, längstabile Bremssystem hält den Audi 80 spursicher in der Bahn. Kein Gegenlenken, kein Schiefziehen, kein Schleudern. Der Beweis für die neue Sicherheitsleistung. Audi 80, die neue Leistungsklasse. Untertitelung des ZDF, 2020